hallo und ein herzliches willkommen zurück meine lieben freunde ja willkommen zurück heute zum 18. august um 22.13 Uhr oh mein gott und was heißt das ja genau das gewinnspiel ist doch ist vorbei schon kann man sagen seit zwei stunden und wir werden jetzt auslosen werden die beta keys gewinnt die black ops 3 für den ps4 beta keys und die rainbow six siege beta keys für den pc oh ja wir haben für euch so ein bisschen vorbereitet wir haben die teilnehmer hier alle reingeschrieben und werden jetzt mit euch zusammen losen wer gewinnt wir fangen mit black ops 3 an danke dass ihr so teil so viel so tief teilgenommen habt ihr hat uns sehr gefreut und jetzt schauen wir wen wir glücklich machen können ich tue schon so die röhrt die röhrt die röhrt die röhrt die röhrt die nummer zwei ist x real dominik kriegt natürlich auch ein black ops 3 beta key so und nummer drei und der die lösende bekommt bekommt kriegten jetzt will es wissen ich will wissen sie waren oder letztes landen kriegt im black ops 3 beta key den letzten von den drei jahr viel spaß mit dem beta key wo er könnt ihr bett er rocken die könnte mich auch auf der playstation enden dann kann man zusammen zucken und natürlich werden wir euch per Nachricht in YouTube schreiben. Ihr müsst einfach in die Nachricht in die Box gucken. Da kriegt ihr den Beta Key Plus, wie man den aktiviert. Einfach machen und loslegen. Denn in 10, 12 Stunden ungefähr fängt schon die Beta an. Habe ich gelesen, habe mich schon aktiviert für mich. Ja, dann kann man loslegen. Gut, dann gehen wir jetzt zu Rainbow Six Siege weiter. Wow! Und zwar nimmst du das jetzt in die Hand. Ich höre da fleißig. Trommelwirbel, 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 trommelwirbel. Und zwar da, da, da. Recon LP hat wirklich zwei gewonnen, ne? Nein, einen. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ach ne, Dominik war das vorhin. Okay. Du hast eine Rainbow Six Siege Beta Key gewonnen. Juhu, number two. Na, wer ist denn number zwei? Na komm, gib die number zwei. Und zwar Eagle Craft LPs. Eagle Craft LP kriegt Nummer zwei. Beta Key von Rainbow Six Siege. Und der Nummer drei. Wer darf auch noch in die Beta einsteigen? Wer darf schnetzeln, shooten und zerstören? Und die Nummer drei ist? Deadpan TV. Deadpan TV. Und weil ihr so zahlreich mitgespielt habt und einfach so geil war, dass so viele teilgenommen haben, nehme ich jetzt meinen Rainbow Six Beta Key, den ich jetzt für euch gebe. Oh mein Gott. Da werde ich die Beta nicht spielen. Ihr kriegt dann dafür noch weitere Chancen, den Beta Key zu gewinnen. Oh mein Gott. Und der wird jetzt gelost. So bin ich. So bin ich. Mit der Zunge mit dem Mund raus. Mit der Zunge. Mit der Zunge. Welcher an der Zunge kleben bleibt? Okay. Und zwar haben wir Julien Heyer. Julien Heyer. Wow. Einen Applaus für dich. Du kriegst meinen Beta Key. Viel Spaß damit. Freu dir. Freu dir. Ihr kriegt natürlich auch die YouTube Nachricht. Guckt einfach in die Box. Ihr kriegt den Beta Key und auch wann die Beta beginnt und wie ihr den aktivieren könnt. Ganz einfach. Zugeschickt. Einfach nachschauen. Ich hoffe, euch hat das Gewinn schon gefallen. Ja. Und wir sagen auf jeden Fall Dankeschön für dieses teilreiche Geschreibe und Geklicke und Geteile. Und schaut einfach am Sonntag wieder rein, weil da gibt es das nächste Gewinnspiel. Wow. Da gibt es größere Gewinnspiele. Quasi gibt es 5 Bundles, 5 Bundles, die ihr gewinnen könnt. Und da gibt es auch 5 Gewinner mit T-Shirts, allem drum und dran, je nachdem was da drin ist. So viel Schnickschnack. So viel Zeug drin. Oh ja. Extra für euch. Ja. Sehen wir am Sonntag wieder rein. Macht mit. Vielleicht gehen wir da diesmal wieder. Oder vielleicht gehen wir das nächste Mal wieder. Wer weiß. Wer mitmacht. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und wir sehen uns. Man sieht sich in der Beta. Und Ciao. Tschuuu. Und wenn ich im ganzen Falle an. Vielen Dank.